Der 17. September war der entscheidende Tag in meinem Leben aus zwei Gründen. Meine Testergebnisse bestätigten, dass ich Krebs im vierten Stadium habe, eine Diagnose, auf die ich mental vorbereitet war. Jedoch das, was ich sicherlich nicht erwartet hatte, war, meine Frau Karin mit einem anderen Mann im Bett zu erwischen. Karin und ich waren 23 Jahre verheiratet, und bis zu diesem verhängnisvollen Tag hielt ich sie für eine gute Ehefrau und Mutter unserer Kinder. Als wir uns zum ersten Mal trafen, hatte Karin gerade ihr Studium abgeschlossen und bei der Anwaltskanzlei angefangen, wo ich angestellt war. Ich war damals der Abteilungsleiter, und sie wurde meine Assistentin. Aufgrund der Arbeit verbrachten wir viel Zeit miteinander. Unsere Arbeitsbesprechungen verwandelten sich allmählich in Dates. Diese Dates führten dazu, dass wir zusammenzogen, was schließlich zur Ehe und zur Gründung einer Familie führte. Alles entwickelte sich so reibungslos und natürlich, dass ich nie auch nur im Traum an die Möglichkeit der Untreue gedacht hätte. Stellt euch nur meinen Schock vor, als ich an dem Tag, an dem ich meine tödliche Krebsdiagnose erhielt, auch Karins Affäre entdeckte. Sie wusste nichts von meiner Krankheit. Ich wollte sie nicht beunruhigen, bis ich einige Antworten hatte, also beschloss ich persönlich, mit ihr zu sprechen. Als ich mich unserem Haus näherte, bemerkte ich ein teures Auto eines meiner Geschäftspartner draußen geparkt. Unsere Außenüberwachungskameras waren ausgeschaltet, was mich seltsam berührte. Wir lebten in einer Gegend, die zu Einbrüchen neigte, daher hatten wir Überwachungskameras über das ganze Grundstück installiert. Mit einer speziellen Telefon-App schaltete ich die Kameras ein und begann zu beobachten, was drinnen passierte. Das war der Moment, als ich sie sah. Sie küßten sich leidenschaftlich auf unserer Wohnzimmercouch, zogen sich aus. In einem Augenblick verschwand all meine Liebe für sie. Ich durchlief eine Reihe von Emotionen, von Verwirrung bis hin zu Hass und konnte keine Erklärung für ihr Verhalten finden. Ich bin sicher, dass ich hier nicht schuld bin. Ich war während unserer Ehe ein treuer und fürsorglicher Ehemann. Ich hätte ins Haus stürmen und ihren Liebhaber zur Rede stellen können oder ich hätte Karin rausschmeißen und die Scheidung einleiten können. Aber mein Geburtstag stand kurz bevor. An diesem Anlass versammelten sich traditionell unsere Kinder und Enkelkinder und ich wollte nicht die vielleicht letzte Gelegenheit verpassen, Zeit mit der ganzen Familie zu verbringen. Ich war entschlossen, bleibende Erinnerungen mit meinen Lieben zu schaffen. Anstatt sofort zu konfrontieren, wählte ich einen anderen Weg. Ich beschloss, die Rolle eines liebevollen Vaters, Großvaters und aufopferungsvollen Ehemanns zu spielen. Mein Plan war es, ihre Verrat zum richtigen Zeitpunkt während des Treffens aufzudecken, damit unsere Kinder und Enkelkinder ihre Fehler verstehen und daraus lernen konnten. Bis dahin hatte ich beschlossen, die Wahrheit für mich zu behalten. Also begann ich, mich vorzubereiten. Ich überprüfte mein Testament und den Ehevertrag mit einem Anwalt. Der Ehevertrag besagte, dass alle vor der Ehe erworbenen Vermögenswerte kein Gemeinschaftseigentum darstellen. Als Karin und ich heirateten, waren wir beide wohlhabend und finanziell unabhängig. Sie hatte ein gutes Gehalt und gute Rentenaussichten und sie erbte viel von ihren Eltern. Von Anfang an, auf ihr Drängen hin, vereinbarten wir einander keine vollständigen Informationen über unser Nettovermögen offenzulegen. Aber wie sich herausstellte, war ich derjenige, der für unseren Haushalt sorgte. Ich zahlte für Nebenkosten, Transport, Lebensmittel und Benzinrechnungen. In der Zwischenzeit gab sie ihr Einkommen und Vermögen für sich selbst aus. Nach außen mag sie großzügig erscheinen, aber ihre Handlungen zeigten das Gegenteil. Ein paar Tage nach der Diagnose beschloss ich, meinen Job zu kündigen. Als ich es ankündigte, schien Karin ein wenig nervös zu sein. Jetzt wäre ich öfter zu Hause und sie würde ihren Liebhaber nicht mehr mitbringen können. Ich teilte die Kameraaufnahmen mit meinem Anwalt und begann, meinen Ausstiegsplan zu strategisieren. Nur meine Buchhalter kannten das genaue Ausmaß meines Nettovermögens. Ich hatte bescheiden gelebt und über die Jahre genügend Geld angesammelt, zum Nutzen meiner Kinder und Enkelkinder. Karin wird nach unserer Scheidung nichts erhalten, für die mein Anwalt begann, die Papiere vorzubereiten. Ich hatte einen gut durchdachten Notfallplan für den Rückgang der Gesundheit oder plötzlichen Tod bereit. Ich traf auch Vorkehrungen für die häusliche Pflege bei Bedarf, um sicherzustellen, dass Karin nicht für mein Wohlergehen verantwortlich sein würde. Sollte ich handlungsunfähig werden und nicht in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, würde mein Anwalt die Kinder und Enkelkinder über die Erbschaftspläne informieren. Nach meinem Jobverlust widmete ich die gesamte Woche bis zu meinem Geburtstag dem Beobachten des Verhaltens meiner Frau, ohne mein Wissen über ihre Affäre preiszugeben. Sie hielt eine Fassade der Normalität aufrecht, lächeln, lachen und sogar Komplimente für mich. Niemand würde vermuten, dass eine solche liebevolle Frau ein Doppelleben führte. Das einzige verdächtige Verhalten waren ihre häufigen Ausflüge nach draußen, um Telefongespräche zu führen, zweifellos mit ihrem Liebhaber. Ich wartete geduldig auf meinen Geburtstag, an dem ich der ganzen Familie die hässliche Wahrheit über ihre Mutter erzählen wollte. Die Feier fiel auf einen Samstag, und am Freitagabend begannen die Kinder mit ihren Familien anzukommen. Zuerst kam meine ältere Tochter mit ihrem Mann und den Kindern, gefolgt von meinem jüngeren Sohn mit seiner Frau und den Kindern. Das Gelächter der Kinder erfüllte die Luft, und die Erwachsenen unterhielten sich aufgeregt. Karin serviert freundlich Essen und Getränke für alle. Am Samstagmorgen wurde ich von den Kindern mit Glückwünschen und Geschenken geweckt. Das Frühstück hatte eine warme, gemütliche Atmosphäre, als wir uns über Neuigkeiten austauschten und Pläne teilten. Die ganze Gruppe machte sich später auf einen Spaziergang in einem nahegelegenen Wald, und ich hatte mich seit langem nicht mehr so lebendig und glücklich gefühlt. Am Abend versammelten wir uns zu einem festlichen Abendessen mit Kuchen und Champagner. Mit zarter Emotion beobachtete ich, wie Reden zu meinen Ehren von meiner Tochter und meinem Sohn gehalten wurden. Es erwies sich wirklich als magischer Tag, den ich für immer als einen der besten Momente meines Lebens schätzen werde, nicht nur, weil es möglicherweise mein letzter Geburtstag inmitten meiner Familie sein könnte, sondern auch, weil die schreckliche Wahrheit über meine Frau endlich ans Licht kam. Meine Lieben, Vielen Dank für diese wunderbare Feier und eure netten Worte. Ihr habt keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet. Besonders jetzt. Ich habe einige wichtige Neuigkeiten, die ihr wissen solltet. Erstens wurde bei mir kürzlich Krebs im Stadium 4 diagnostiziert. Meine Ankündigung wurde von einer schweren Stille begleitet. Schock und Trauer waren auf allen Gesichtern spürbar. Einige konnten die Tränen nicht zurückhalten. Die Kinder und Enkelkinder überschütteten mich mit Fragen zu Behandlungen, aber ich lehnte es ab, Einzelheiten zu besprechen. Unsicher über meine verbleibende Zeit wollte ich sie nicht mit dem Kampf gegen die Krankheit verschwenden. Alles, was ich wollte, war, kostbare Erinnerungen mit meinen Lieben zu schaffen und natürlich die gesamte Wahrheit über meine Frau Karin zu enthüllen. Es gibt auch etwas anderes, das ihr wissen müsst. In den letzten Wochen habe ich erfahren, dass Karin, meine Frau und eure Mutter, mich betrogen hat. Ich habe unwiderlegbare Beweise für ihre Affäre mit meinem ehemaligen Geschäftspartner. Mein Anwalt bereitet gerade die Scheidungspapiere vor. Alle Augen richteten sich auf Karin. Sie saß mit blasser Miene da, vollkommen schockiert. Das ist nicht wahr, rief sie aus, sprang auf. Wie könnt ihr mich vor unserer Familie so beschuldigen? Ich habe dich nie betrogen. Ich war immer treu. Sie schaute sich um, suchte verzweifelt nach Unterstützung. Kinder, ihr kennt mich. Ich würde euren Vater niemals verraten. Das ist eine schreckliche Lüge. Mama, beruhige dich. Lass uns setzen und reden, sagte meine Tochter sanft. Nein, ich werde diesen verrückten Anschuldigungen nicht zuhören. Karin war hysterisch. Ihr habt euren Vater wegen der Krankheit verloren, oder er wurde einfach vor Eifersucht verrückt und hat alles erfunden. Sie leugnete weiterhin verzweifelt ihre Schuld. Tränen strömten über ihr Gesicht. Ihre Stimme zitterte. Es war eine überzeugende, aber falsche Show der Unschuld. Ich holte mein Telefon mit den Sicherheitskameraaufnahmen heraus, bereit, unwiderlegbare Beweise vorzulegen. Mit etwas Nervosität drückte ich die Wiedergabetaste. Das Video zeigte deutlich, wie Karin meinen Geschäftspartner leidenschaftlich auf unserer Couch küsste. Sie waren deutlich erregt, eilten sich auszuziehen. Ein kollektives Aufkeuchen des Schocks und der Empörung folgte. Karin sprang auf, hielt sich den Mund zu, ihr Gesicht lief rot an. Oh Gott, das ist furchtbar. Ich kann das nicht sehen, schluchzte meine Tochter und wandte sich ab. Ihr Mann hielt ihre erschütterten Kinder. Mein Sohn stand still auf und ging schweigend zum Fenster, starrte hinaus. Die anderen Verwandten flüsterten wütend untereinander. Als das Video endete, brach Karin auf einen Stuhl zusammen, verbarg ihr Gesicht in den Händen. Niemand wagte es, die Stille zu brechen. Es war das dramatischste Ereignis in der Geschichte unserer Familie. Ich seufzte schwer und fühlte mich erschöpft, nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen war. Die festliche Stimmung verschwand vollständig nach der Enthüllung. Die Leute verließen allmählich, sagten angespannte, knappe Abschiede. Ihre Augen zeigten Bitterkeit, Enttäuschung und Mitleid. In der Zwischenzeit schloss sich Karin in ihrem Schlafzimmer ein, weigerte sich, herauszukommen oder mit jemandem zu sprechen. Am nächsten Morgen war das Haus leer. Alle waren gegangen. Ich fühlte mich emotional erschöpft, aber die Stille brachte eine gewisse Erleichterung. Jetzt konnte ich mich auf mich selbst konzentrieren. Ich packte, kaufte etwas Lebensmittel und fuhr zu meinem alten Bauernhaus außerhalb der Stadt. Ein friedlicher, abgelegener Ort, umgeben von Wäldern und Wiesen. Ich wollte die Natur genießen und so leben, wie es mir gefiel. In den ersten Tagen klingelte das Telefon ununterbrochen. Es war Karin, aber ich ignorierte ihre Anrufe und Nachrichten, weigerte mich, ihren Erklärungen oder Bitten um Vergebung zuzuhören. Ich genoss einfach die Ruhe und Abgeschiedenheit. Nach einer Woche allein auf dem Bauernhof rief meine Tochter an und drängte mich, mich mit Karin zu treffen. Sie erklärte, dass Karin zutiefst verletzt und reumütig sei und in Depressionen gefallen sei. Aus Rücksicht auf meine Tochter stimmte ich einem kurzen Treffen zu. Die drei von uns trafen sich in einem Café. Karin wirkte blass und erschöpft, zeigte Anzeichen von schlaflosen Nächten und schlechtem Appetit. Sobald sie mich sah, begann sie, Erklärungen und Entschuldigungen verzweifelt zu stammeln. Karin, aber ich unterbrach sie mit einer Geste und signalisierte ihr, aufzuhören. Karin, hör einfach auf! Ich bin nicht hierher gekommen, um deine Ausreden zu hören. Beantworte mir einfach ehrlich. Warum? Was habe ich während all unserer Jahre zusammen falsch gemacht, dass du mich betrogen hast? Karin senkte den Blick und erklärte leise, dass ihr Liebhaber ihr ein luxuriöses Leben im Ausland versprochen habe, Jachten, teure Kleider und alles, wovon sie träumte. Sie war von seinem Charme und großzügigen Geschenken verzaubert, hatte aber nicht vor, die Familie zu verlassen. Sie wollte sich einfach nur wieder jung und begehrt fühlen, obwohl sie mich wegen einer flüchtigen Affäre nie verlassen hätte. Nach dieser armseligen Rechtfertigung brach Karin zusammen, schluchzte und flehte mich an, ihr zu vergeben, bot sogar Paartherapie an. Ihre Worte verrieten jedoch nur Selbstsucht und Reue aus der Angst heraus, alles zu verlieren, anstatt echte Reue für ihren Verrat zu empfinden. Ich schüttelte den Kopf und erklärte entschieden, dass ich eine Scheidung wolle. Karins Reaktion überraschte mich. Anstatt Reue zu zeigen, blitzte echter Zorn in ihren Augen auf. Du bist der Selbstsüchtige, rief sie aus. Anstatt um meine Aufmerksamkeit zu kämpfen, hast du dich dafür entschieden, mich vor der ganzen Familie öffentlich zu demütigen. Und wofür? Für einen flüchtigen Flirt, der absolut nichts bedeutete. Ich war von solch einer Dreistigkeit verblüfft. Ein flüchtiger Flirt. Er hat dir ein luxuriöses Leben im Ausland versprochen. Und? Karin schnappte zurück. Das waren nur Fantasien. Du weißt, wie sehr ich es liebe, zu träumen. In Wirklichkeit hätte ich euch niemals verlassen. Aber du musstest einfach dieses demütigende Spektakel inszenieren. Offensichtlich war eine weitere Diskussion sinnlos. Karin hatte nicht vor, ihre Schuld zuzugeben. Enttäuscht winkte ich ab und verließ das Café, ließ sie wütend hinter mir herrufen. Nach diesem katastrophalen Treffen kehrte ich in mein abgeschiedenes Refugium auf dem Bauernhof zurück, wo ich Frieden und Ruhe genießen konnte und tun konnte, was ich wollte. Ich räumte das Haus und das Land auf, machte Spaziergänge im Wald, las Bücher, bewunderte die Natur und bedauerte nichts. Die Kinder und Enkelkinder besuchten mich abwechselnd täglich, brachten Lebensmittel und Medikamente mit, halfen im Haus. Wir redeten viel, machten Spaziergänge in der Umgebung und spielten abends Brettspiele. Das brachte mir wahre Freude und Gelassenheit. In der Zwischenzeit kümmerte sich mein Anwalt um die Scheidungspapiere und die Übertragung meines gesamten Erbes auf meine Kinder und Enkelkinder. Karin hatte nach unserer Scheidung keinen Anspruch auf etwas. Schließlich wurde unsere Ehe formell aufgelöst. Ich fühlte eine Erleichterung, mich von dem Gewicht des Verrats befreit zu haben. Darüber hinaus war ich dankbar, dass meine verbleibenden Monate oder Jahre von der Liebe und Unterstützung meiner Familie umgeben sein würden. Nach der Scheidung verschwand Karin von der Bildfläche. Ihr Ruf in der Stadt sank schnell, als Gerüchte über ihre Untreue weit verbreitet wurden. Selbst ihre Freundinnen waren kritisch, fragten offen, ob sie auch ihre Ehemänner verfolgt hatte. Trotz mehrerer Versuche, mich zu kontaktieren, entschied ich mich nicht zu antworten. Mein Fokus lag einzig darauf, meine verbleibende Zeit in Frieden zu verbringen. Die Kulitzung hat sich nicht zu beantworten, Ich bin froh,